Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Skyforge. Ja, wir sind auf der Suche nach den, äh, nach dieser Artefakttafel. Dieser Schrifttafel für Asterios. Er ist der Meinung, dass, naja, die bösen Baditen sie geklaut haben. Ich will einmal kurz gucken, ob wir nicht hier noch irgendwas versteckt haben vielleicht. Irgendwas Interessantes, ne Kiste oder so, ne? Nix da für uns. So, okay. Also laut Karte müssen wir hier hin, da. Schrifttafel für Asterios, ne? Sollen wir fünf Truhen durchsuchen? Die Banditen, naja, 300 Hitpoints, sollte überhaupt kein Problem sein. Ich mach einfach mal so. Kometen, zack, und macht sie rums und sie sind alle weg. Nichts anderes habe ich erwartet, ehrlich gesagt. Boah, Mann, ist das, sieht das cool aus hier, dieses. So, komm. Du kriegst mal eine Lanze. Pam. Okay, Truhen durchsuchen. Da ist eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Und die dritte. Gut, dass hier noch andere Leute rumlaufen. Dann habe ich weniger zu tun. So, noch eine Kiste und eine letzte. Eine letzte Kiste. Na, mein Freund. Ähm. Na, das hat nicht ausgereicht. Wirbelwind reicht also nicht. Na, hier muss sie sein. Irgendwo da. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Zack. Wieder kein Glück. Wir müssen den Willen in charge of these ignoranten Vandals finden. Er könnte preisless Relics in seiner Position haben. Okay, die Kiste des Anführers. Die Kiste des Anführers. Ähm. Bin ich auf der richtigen... Da muss ich hin, okay? Okay, das bedeutet, dass ich hier rum muss. Und da, und da, und da, und da, und da, und da, und da. Oder ich teleportiere mich hier für 750 Kredits. Ähm. Das finde ich ganz schön teuer. Aber, ähm. Sollen wir das mal machen? Sollen wir das einmal machen? Ja, komm. Kostenlos für Premium-Konten. Na gut, okay. Zack. Teleportation. Man gönnt sich ja sonst nix, ne? So viele Mechanoiven. Ah, so viele Mechanoiven. Hums. So, Schrifttafel des Anführers. Wahrscheinlich müssen wir den Anführer erstmal... Ne, wir müssen ihn wahrscheinlich nicht töten. Der ist schon getötet worden. Okay, zack. Ach, ei, ei, ei. Na gut, komm. Mal gucken, wie du das findest. Okay, ja. Also, sprich im Lager mit dem Wissenschaftler Sepetion. Das ist also wieder ganz am Anfang, ne? Ja. Hm, ich möchte mich nicht schon wieder teleportieren. Andererseits... Ich geh erstmal hier aufs Schiff. Da werden wahrscheinlich wieder Schule tun. Nachgewachsen sein. Oder nachgefüllt worden sein. Zack. Und einmal hier. Da fliegt der Große. Schau mal. Manchmal ist er auch ganz nah. Eher selten, aber... Ich hab ihn schon mal ganz von der Nähe gesehen. Ich glaub, ich teleportier mich gleich. Ich hab jetzt nicht so lange geplant. Was ich nur halt kurz noch überlege ist, ob ich nicht ein paar Monster hier erledige. Einfach nur, um eine kleine Quest abzuschließen. Günstig ja sonst nix, ne? So, 84%. Da sind welche. So, wieder mal eine Quest geschafft. Was bekommen wir? Funkenreplikatoren? Naja, warum nicht? Die können wir, glaub ich, zerlegen. So ein Eisrahmen. Das, den können wir auch zerlegen. Schon wesentlich bessere Sachen. Na, hier helfen wir auch noch ein bisschen. Rums. Ach, ich soll die Raubbrüder jetzt klauen, ne? Ne, das machen wir jetzt nicht. Wir haben eine andere Quest. Also, Teleportation. Ja, da ist mir eben quasi das... Also, was heißt quasi? Da ist Spiel abgestürzt. Na gut, also, unsere Suche war vergebens. Aber irgendwas stört Asterius noch. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas passt nicht. So. Und, äh, na gut. Versuchen wir nochmal, mit Seption zu reden. Ich hoffe, die Immortalen werden Dinge in Ordnung setzen. Ich habe keine Glyphs gesehen. Okay, die konnten gar nicht, die konnten gar nicht raus, um irgendwas, ähm, zu finden. Das ist natürlich auch interessant. Vielleicht war das also eine Fehlinformation, dass es eine sechste Tafel gibt. Ich wäre froh, ihn zu wissen. Kein Nehmann, mich zu erinnern. So, sorry, ich muss jetzt gehen. So, jetzt, ich muss Inventory nehmen. Wir sind immer kurz von einem oder anderen. Was wollen diese Banditse? Wir wissen nicht, was wir suchen. Wer hat sie hier gebracht? So, wir haben, hm, schöne Kerne bekommen. Alles klar. So, was müssen wir jetzt machen? Äh, begib dich zum Übungsplatz, Nether. Und besiege 50 Feinde. Na gut, dann würde ich mal sagen, ab zum Übungsplatz. Aber wo ist denn der da? Übungsplatz, Nether. Zack, mal gucken, was das ist. Mitmachen. Optionale Aufgaben. Fachgelehrte. Oh, da ist einer von diesen Schwebeviechern. Eins von diesen Schwebeviechern. Ähm. Terzis. Terzis, erzähl mal. Was gibt's hier? Mein Name ist Terzis. Wie ihr seht, ist es kein ordentliches Ort. Wissen Sie nichts über diesen Ort? Äh, nein. Wir wissen nichts über diesen Ort. Natürlich, das ist, wie es sollte sein. Informationen über die Nethertest-Area ist klassifiziert. Aber seitdem ihr das Signal in der Divine Observatoren erzeugt, das bedeutet, dass ihr die notwendige Erfahrung, die Fähigkeit und Flavius' Vertrauen habt. Ja, diese Erie ist seine Dominion. Und ich helfe ihm. Okay, weiß sowieso keiner. Wahrscheinlich hat diese Rang in den Staten seit den Allianz-Times existiert. Vielleicht ist das Resultat von diesen starken Experimenten. Wer kann das wirklich sagen? Okay, ähm, was weißt du sonst noch über den Übungsplitz? Es sieht aus, wie aggressive creatures teleport hier von various corners of the planet. Just imagine, wenn wir in der Lage können, dass wir alle diese Monster in einem Ort können. Wir können einfach sie wegschrauben mit einem einzigen Strik. Thing ist, Flavius ist versuchen, zu herausfinden, wie genau diese Sache funktioniert. Aber jetzt, Monster sind die Monster wie mushrooms nach dem Regen. Und wir müssen etwas tun tun. Glücklich, Immortals helfen uns zu reduzieren die Bevölkerung in die managraubenden Nummern. Natürlich ist es auf der breiten Seite eine gute Möglichkeit, zu trainieren. Na gut, also. Was soll ich jetzt machen? Okay. Okay. Du könntest ruhig darüber halten, was hier passiert ist. Bis die Forschung zu Ende ist, wollen wir keine unnötigste Zeit bekommen. Wähle die erste Prüfung. Was ist denn die erste Prüfung? Okay. Das ist wohl die erste Prüfung, ne? Oder beziehungsweise da muss ich hin? Oha, Labyrinth. Sieht ja interessant aus, ne? Sieht ja interessant aus. Wie komme ich da hin? Da hinten leuchtet irgendwas. Ja, gut. Muss ich hier irgendwas ansprechen? Ah. Okay. Okay. Ich sehe. Das ist, wie es funktioniert. So, springen. Bam! Juhu! In addition to predatory Tobi, there is an even more dangerous opponent waiting for you. To prepare for the fight, start with the Tobi. Gut, erstmal mache ich die kaputt und dann spreche ich mal mit Tiberius. Oh, da kommt er gerade. So, zack. So, das war die erste Gruppe. Und jetzt erzähl mal, was hier los ist. Ja, du hast mit Sicherheit den falschen Beruf. Ja, du hast mit Sicherheit den falschen Beruf. Ah! Don't sneak up on me. You scared me half to death. Nearly everything I'm studying is trying to kill me these days. So, das tut mir leid. Du siehst müde aus. Ich würde sagen, so. Ich bin hier drei Tage schon und habe keinen Prozess gemacht. Ich versuche immer, Flavius zu erzählen, dass ich nicht für den Kampf zu tun bin. Aber er ist einfach so schmerzartig. Er hat alles vergessen. Oh, das wäre fantastisch. Warte mal. Du bist hier für eine Grund. Flavius hat mich verholt. Hast du versucht, Laertes zu helfen? Nein. Wer ist Laertes? Iberius, wir sind Freunde und ich will dich nicht anlügen. Ja, ich möchte Laert... Nein! Das ist genug. Nicht eine andere Worte. Jetzt sollte ich mich auf meine Augen schreien und schreien, wie eine kleine Mädchen, bis es dich verlassen wird. Zumindest ist das, wie ich denke, Iyana imagine, dass die Situation aussehen sollte. Aber du weißt, Laertes war ein Hero. Ich bin von Lamber, also ich weiß, dass die Leute dort immer noch erinnern können. Beyond that, ich erinnern ihn besser als andere. Laertes hat meine Mothers Leben saved, also ich erinnere ihm viel. Na gut, dann wirst du mir helfen, richtig? Well, sieht es so aus. Du kannst mich für alles aufpassen, außer in einem Kampf. Flavius ist interessiert in den berühmten Flöten-Neder-Platformen. Er braucht gravitationliche Ausgaben von allen. Du hast die Lieden von all den verschiedenen Forschungsproben. Es ist sehr einfach. Na gut, also Informationen suchen. Jetzt verstehe ich nicht, wo er geht. Aber ich bin sicher, dass ich etwas über die Zeit zurückkomme, wenn du zurückkommst. So, also. Kämpfen wir uns mal durch hier, ne? Geht ja einigermaßen, würde ich sagen, ne? Geht ja einigermaßen. Oh, das ist ein dickerer... Oh, das ist ein dickerer. So, hätten wir den auch erledigt. Ich glaube, die respawnen doch. Ja, die kommen alle wieder. Oh, das ist ein dickerer. Also, wenn ich mal anfange zu beißen, dann beißen sie auch richtig, ne? Oh, das ist ein dickerer. Na, ein Grüppchen noch. Noch ein Grüppchen, dann sind wir durch mit dieser Geschichte. Okay. Beseitige den Windspringer, ohne das Jagdfieber einzusetzen. Ich bin also im Jagdfieber. Da ist der Windspringer. Da ist der Windspringer. Gehre in die Mitte zurück. Ich gehe mal kurz in die Mitte zurück. Springen. Springen. Doi. Zack. Gehre in die zweite Prüfung. Ja, die zweite Prüfung möchte ich, glaube ich, noch gar nicht wählen, weil... Ich lese die Daten von den Forschungssonden ab. Ich habe nämlich noch die Daten gar nicht abgelesen von den Forschungssonden. Die Frage ist, wo sind die? Das werde ich in dieser Folge nicht mehr herausfinden. Vielleicht in der nächsten. Deshalb, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ich hatte schon mal, das managers kan ich